Ja, hallo, hallo, willkommen zurück zu Minigraft, das Single-Bly-Yer. Und ich werde jetzt, sobald ich in meine Holzkiste geschaut habe, da noch Holz drin ist, werde ich mir jetzt ein Silo bauen. Exactomatico. Exactomatico. So, aus denen mache ich mir Steinschen. Ja, ich habe was vor, ich habe mir so, habe in der Minecraft Silo gegoogelt, das erste Bild, das kam, hat mir gefallen, also habe ich es genommen. Deshalb bauen wir das jetzt genauso. Aber eins größer müssen wir es machen, ne? Eins, zwei, eins, eigentlich passt das so, ne? Ich habe es in meiner Testwelt, habe ich es einmal gemacht. Ich glaube, das war, passt das so, ne? Ah, jetzt bin ich behindert und kann nicht mehr schauen. Ich glaube, es war noch eins größer. Ja, das war der, eins größer war es noch, aber ich brauche es ja eben nochmal abhauen. So, ich mache das jetzt alles nochmal weg. Zack. Und dann muss ich mir gleich nochmal ein bisschen, ne, Stein brauche ich mir keine mehr beraten. Ich brauche dazu dann Holz. So, jetzt bauen wir hier mal ein Silo hin. Am liebsten würde ich mehrere nebeneinander machen, aber das kann man später noch hinzufügen. Ein Feature, was man später noch hinzufügen kann. So, machen wir das alles mal wieder weg hier. Ja, weil das so fünf ist, okay, ich habe es verstanden. Aha, 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 okay. Alles klar. Kippelstern brauchen wir nicht. Die Vöckel brauchen wir auch nicht. Hier ist mein Schaf abgehauen. Verflucht, was? Also hier haben wir fünf Schafe. Ja, komm. Renn halt hier rum. Ein bisschen Freilauf. Schadet auch nicht. Ich muss hier wahrscheinlich eh alles umzäunen. Okay, dann bauen wir das hier so hin. Eins, hier kommt die Türe hin. Zack. Ich baue das jetzt einfach so nach. Falls das in Ordnung ist. Eins, zwei, drei. Hopp. Eins, zwei. Zuck. Zuck. Oh. Bam, bam, bam. Bam, bam. So, tada. Hier kommen die Türe hin. Dann hier zwei. Ah, das ist nur so. Oh, die sind aber klein. Nee, die geht so nicht. Da muss dann so. Ich muss sie mindestens eins größer bauen. Okay. So. So. Ne. Na ja, das passt. Das passt. So. Ne. So. Ich baue hier mal an meinem... Ja, das war blöd. Hier kommt natürlich kein Ding hin. Können wir ein Fenster oder so hin machen. Ne, das auch nicht. Ja. Hm, 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 hm. Ja. Hm, 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 hm. Hm, 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 hm. Ah. Ich baue dich halt die ganze Zeit. Und so ziehen wir das jetzt erstmal hoch, ne. Ich baue noch viel... Nein, ich brauche nicht mehr. Noch viel mehr Cleanstone. Das war falsch. Im Moment könnte man auch alles aus Cleanstone bauen, aber das machen wir nicht. So. Es wird schon wieder dunkel. Verflucht. Also die Ebene hier bauen wir noch fertig. Ne, was mache ich denn jetzt? Was wird das hier? Okay, ich baue sie doch nicht fertig. Ich gehe lieber schnell pennen. Und die Kühe hauen auch ab und die Schafe hauen ab. Und die Schweine sind noch da, ne. Ja, zum Glück. Schon gleich nochmal nach. Ach, wenn die sich auch noch rauspacken, dann habe ich irgendwann ein Problem. Wenn sie hier alles rauspackt. Können die ja nicht zulassen. Na, häng dir meine Kuh im Feld rum. Fick dich. Hier habe ich... Drei Schweine. Die kleinen drei Schweinchen. Hey, diese Kuh, die muss ja weg. Ich brauche noch viel mehr Holz, ne. Ja. Aber ich ziehe es erstmal so hoch. So gut es geht. Hopp, 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 hopp. Hopp, hopp. So, und jetzt kommt hier, muss man ja sagen, das Zeug drüber, ne. So, die kommen ja hoch. Die werden mal da hochgezogen. Und damit es schön aussieht, haben wir hier so eine Schicht Dingsbums drin, ne. Oh Mann. Okay. Hier so. Ich weiß nicht. So. Ich muss das ja irgendwie... Ah. Wisst ihr was? Das macht das jetzt von oben. Das geht so nicht. Hier, äh... Ja, du musst nochmal weg. Du auch. Und dann ziehen wir alles nach oben. Mir ist jetzt gerade scheißegal. Muss noch irgendwie wieder hoch. Das wird sie noch zeigen, wenn wir hier wieder hochkommen. Zieh das jetzt so hoch. Egal. Zeigt das halt alles nach oben. Aber man muss nicht... Muss ja nicht jeden Trend mitmachen. So, mal schauen, wie lange wir an dem Ding rumbauen werden. Da bin ich mal gespannt drauf. So, da haben wir das schon mal geschafft. Okay. Dann kommt hier die erste Etage drauf. Eins. Zwei. Drei für die nächste Etage. Und zwei für die Decke. So, drei, vier, fünf. Was haben wir jetzt? Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Okay. Eins. Zwei. Drei. 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 Zwei. Drei. 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 Fünf. Öp. Eins. Drei. 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 Zwei. Ich bau das hier jetzt aber doch dann noch so eigen. Also nicht komplett hier nach dieser Anleitung. Weil ja. Eins, zwei, drei, vier, fünf. So. Also sei so niedrig. Fuck. Oh nö, oh nö, jetzt bin ich noch ein Wunder gefallen, wie kann ich jetzt wieder hoch, okay, ja okay, muss wohl sein, so, ich muss jetzt hier auf jedes wieder hoch, ne, ja, da komme ich jetzt wohl nicht vorbei, hier mich auf jedes wieder hochzubauen, das hätte ich wohl gleich machen sollen, das war dumm von mir, okay, ja, äh, fuck, hab mich ein bisschen kattverkackt, aber jetzt kommt ja dann eh hier, äh, Dings rein, wenn ich hier das so mache, so rüberspringe, uah, mit meinen Skills, was ist das eigentlich, und dann können wir hier mit Holz auffüllen, so, äh, an einem so Teil müssen wir halt natürlich, ich weiß noch nicht, wie ich es löse, aber wir müssen auf jeden Fall diese 7, das markiere ich mir mal, ne, hier noch nicht, es kommt erst auf dieses, und hier ziehe ich dann, ja, ich ziehe jetzt hier die Decke einfach hier mal so rein, dass ich schon mal eine Decke drin habe, wo dann wir auch bald, die erste Etage draufhauen werden, Gästsfarmsilo wird das, Wetzlarm haben wir ja zum Glück auch mittlerweile, Ich mache hier erst mal komplett zu, dann kann ich immer noch, so, oh, hups, ist wieder ab, muss ich mir noch ein paar, äh, Äxte machen, so, hier machen wir noch schnell zu, Fudulu, na, alles muss zu sein, wenn jetzt gleich ein Creeper kommt, dann, drehe ich am Rad, so, und damit, beende ich an dieser, jährle mal die Folge, mache ich ein paar Fackeln rein, am besten hier, und hier, ja, und sehen uns in der nächsten Folge wieder, lasst einen Daumen, Abo, Favoda, und schaut auch die anderen Folgen, wie es hier dazu kam, und, tschüss mit euch und, tschüss. Vielen Dank. Vielen Dank.